ja willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyria chronicles in der letzten folge sind wir in der wüste gegangen haben die cutscenes von kapitel 6 schon angeguckt und jetzt mit wenn wir uns den kampf von der barrios wüste wir haben fein entdeckt quad 7 knüpft sich das imperium vor was denn sonst jetzt war ja kurz ich hoffe ich tue genau diese folge hier am gleichen tag wie die letzte folge hochladen weil sonst oder ich packe diesen teil noch direkt dahinter aber ich habe gesagt ich will cutscenes und kämpfe immer so getrennt aufnehmen oder in videos packen also keine ahnung wie ich da mache egal der gegner hat sich im weiten gebiet hier in der wüste platziert wir werden von süden ausmarschieren und die angreifen auf dem weg dorthin sind einige ruinen wo wir uns vor feindlichen feuer hier beschützen lassen können dingens wir sollen die basis annehmen und sniper die sniper die ich hab ne wenn ihr bereit seid ja die könnte sich nicht so weit bewegen was jetzt zu wenig api haben dann sollen wir sie zurückziehen lassen nachdem ein basis camp eingenommen können wir dort die einheiten platzieren und wir sollen von camp zu camp rennen und und ja ich werde schon irgendwie klar komme ich brauche nicht solche high end strategien wir haben hier einmal und hier einmal ich würde sagen hier tun unsere sniper platzieren marina und kämpfen marina ist ein echt guter sniper ich bin schon ich habe sie hier richtig gut in erinnerung so und unseren neuen scout hier meldolian erzählen wir auch hier alka thompson auch hier nach schwierig und ich tue jetzt mal auf unserem panzer verlassen obwohl wir können trotzdem ein mitnehmen ich glaube wir haben zu viel scouts tun wir alka weg weg wie mache ich jetzt wieder weg so und dann kommen wir rosie und warte nein ihr könnt euch ja weit bewegen also könnte ruhig nach hinten und wenn habe ich noch hier neues reingetan hannes so wird schon geklappt lasst uns los gehen ja genau von der stadt bis hin zur wüste ja die galleon force hier die ist überall uns quatschen auch also überall da wo das imperium ist da sind wir auch da gucken wir die böse an und schnell schießen lieb da kann aus ich will töten machen wir sie plant ja hier haben so gut und begeht wahrscheinlich kämpft deswegen sind überall löcher in den felsen kursi die menschen die jahre ich habe vorstum woher diese löser kommen was darf ich nicht verraten da werden spoiler jetzt sieht man erst wie groß das gebiet ist das wird lange dauern heute oh mein gott marina zeigt was du drauf hast wer wagt es wo ist denn hier ein das ist ein schock truppe ich nehme erst mal als erstes da hat alles los wenn es bleibt man in diesem spiel dann du keffrey jetzt mal auf die andere seite ja wir sind schon gesichert wo jetzt auch noch auseinandernehmen noch ist ja da versuche ich hier mal strategisch zu spielen und nein ihr macht jetzt tot wir wollten wir nicht ja ich glaube drei schüsse leckt mich doch was sagt denn ihr könnt mich mal bedarf einfach nicht wahr sein die schade vor weil sniper sind die letzte trick kannst du es wagen na hallo stirbt bitte zack sie trifft sofort so ich auch noch hier ich habe jetzt noch da rein jetzt ja gar nichts man idiot ich dachte da war irgendwie so eine dingens na so eine grube ich habe mir mal sagt 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 ja du hast ja diese das andere gewähren da kann ich mich hier irgendwo platzieren nicht gut irgendwie nicht gut naja steht mir auch nicht richtig gut naja rosie ich will mal sagen können wir irgendwie rechts lang so ja da können wir einen ok bist du da lang stück mal mit einigen leuten so nach rechts darum beim panzer also brauchen wir im moment noch nicht alles du gehst sozusagen auch erst mal dahin wo rosie ist bist du da irgendjemanden und ich weiß nicht wo ich mit mir hin soll so du gehst du musst ja jetzt so nach vorne gehen und sind noch mal gleich hier so leichenkünderung echt schön da ist eine miene sehe ich gerade am boden sagt 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 ich würde die mieder eigentlich entschärfen aber so ist leider keine erfahrung oder weiß ich nicht versuche mal es nochmal marina marina jawohl es geht doch mein gott war jetzt so schwer ernsthaft sondern jetzt rückzug taktisch auch so schnell nein es bleibt alles von der seite weg man wollte sind jetzt nichts gemacht aber ist nicht schlimm du bist gerade aus weil ich habe ich ein panzer gesehen weil ich verstehe als einzigste voll offener da ist der panzer hallo da ist eine mine sage ich auch kanaden dann bleibt immer hier ich würde es nicht so sagen dass diese runde so toll war aber okay mit ist eigentlich irre schießt er mit raketen hervor und einer sniper den aufschluss vergessen nein nein den muss ich noch weg sniper warte war was noch einer oh mein gott alicia und ein kommenter punkt ich möchte wieder leben und wenn sie tot ist dann noch verloren er kriegt er zurück aber so eine gute idee war so von rechts sich da anschleichen zu wollen ja ist klar ich werde soweit von den klassen aufnehmen dieses gemisch wird auch noch gemacht ja kommt hierhin kommst du zurück leck mich am wie gelenk bist du ja super zwei sind tot oder verletzt das ist richtig geil na warte nicht mit mir mediziner da kommt sagen gerannt wie gesagt die lady sehen wir noch ein paar mal so eine warte wenn er von hier aus nicht 13 gegen kollaps danke da ist er aus dem hintern rausgeflogen malo punkt ja ich bin schon wieder volle möhre sichtbar geil ich überlege mir ob ich jetzt die einheiten direkt wiederholen wo ja ich brauche ein ging jetzt auf jeden fall noch äh ein scout wenn es mal eikah und äh oh sie du gehst mal weiter knippst hier hoffentlich diesen lancer davor super nein was machst du denn da ja super das kommt auch nicht mal runter es hat alles nach plan nein tut es nicht sind sowas von am a ich glaube sie geht da allein nehmen ich muss die situation hier entschärfen genau war hey und und ich glaube ich bin da noch jemanden rufen ich habe nicht vergessen die mine an zu entschärfen sonst glaube ich da volle möhre rein das kommt erstmal welken er könnte eigentlich auch durch die wände da gehen ich hoffe wirklich du kannst die wände machen weil sonst nicht richtig angepasst ich glaube da war nicht so gute idee ja super ich glaube da war eine sehr schlechte idee den hier anzulassen weil die scharfschützen gehen wir jetzt auf nerven deswegen richtig gerne entschärfen entschärfen wir wollen uns noch ein sniper ich habe das hier alles irgendwie nicht so durchdacht habe ich das so du da da meinst nach weg also bewegt sich ja mal aus dem gefahrenbereich naja fast das und keine muni geil dann gehst du jetzt noch mal ein bisschen weiter aber ich weiß nicht sonst ich verarschen ich passt da nicht durch salva beach ja ich glaube von der edelweiß sehen wir heute nicht mehr viel boah hey ich dachte ich kann durch die wand dadurch ich die erste mission hieße doch hier man können wenn die durch fahren man und 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 ich oh nee willst du denn noch mal bringt nichts und war dann sind solche sattgesichter heute ohne nein du willst mich doch verarschen aber ich treffe mit meinem panzer nichts eine gewisse daten eigentlich sagen weil es ist mail will auch noch toten nachkontrollen weil es nicht mein tag irgendwie nach komm schon wie viele leute heute ja sterben was ist das denn wir sollen doch die tüten na immer noch wieso wieso jawoll jawoll da ich kann es jetzt kommen und sagen wir beenden mir diese folge nach diesen katastrophen fall hier und ja wir sehen uns an dem nächsten part von let's play war kirk ronkels nicht hoffentlich das bruder hier umreiße ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss